So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator. Und... Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ich wusste ja nicht, dass da drei sind. Also, wir probieren es jetzt gerade nochmal. Also, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Dishonored. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es nochmal gesagt habe, dieses Spiel hält mich einfach nur jeden Moment in Atem. Das ist einfach nur abartig. Wir sind beim Eddermeyer-Institut angekommen. Das Eddermeyer-Institut sieht aber komischer aus als im Dishonored 2. Er wollte dort nur kurz was nachsehen. Und jetzt schauen wir uns erstmal hier um. Es war unverschwunden und er ist noch nicht zurück. Mit dem Ganzen auf... Aufmachen! Wir wissen, dass sie da drin sind. Ergeben Sie sich, dann entgehen Sie der Strafe für unbefugtes Betreten. Wir übergeben Sie nur dem Nichts. Aufmachen! Machen Sie die verdammte Tür auf! Oh, da ist er. Nein! Ein Ring für Courtney. Nee, ich... Liebe Lorny, ich habe über unser letztes Gespräch nachgedacht. Du meinst, es nicht zu reißen ist, dass Courtney keinen ordentlichen Antrag gemacht hat. Ganz, weil dir ein Ring fehlt. Tja, mein Boss, musst einen Haufen Schmuck in der Wohnung zurücklassen, als sie jetzt hier Gärten unter Quarantäne gestellt haben. Wenn ich mich richtig erinnere, ist darunter auch ein Ring, den du für einen Antrag verwendest. Könntest du zumindest bis zu einem schöneren gefunden hast. Siehst du, dein Haufen zurückgegangen? Öffnen Sie die Tür oder wir brechen Sie auf! Und schreien Sie in die Nacht. Was? Was? Du hast sie nicht verloren! Scheiße! Ich glaube, wir müssen nochmal anfangen. Wir müssen nochmal anfangen. Ich möchte es sauber 1A zum ersten Mal 1A rüberkriegen, so wie ich das gern haben möchte und nicht so ein Scheiß-Trick da. Ich werde mir den Ring holen. Den Brief haben wir ja jetzt schon gelesen. Das heißt, wir können da recht ratzfatz durchgehen. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob ich still sein muss oder sowas. Er wollte dort nur kurz was nachsehen. Das war schon vor Stunden und er ist noch nicht zurück. Aufmachen! Wir wissen, dass Sie da drin sind. Ergeben Sie sich, dann entgehen Sie der Straße für unbefugtes Betreten. Nein! Wir können es nochmal probieren. Ich würde sagen, wir probieren es nochmal. Ich weiß bloß nicht, wie ich das zum Blödsinn machen soll, Alter. Mir fehlen ein Hauch von einer Sekunde, glaube ich, gell? So ein Drehraum. Er wollte dort nur kurz was nachsehen. Das war schon vor Stunden. Aufmachen! Wir wissen, dass Sie da drin sind. Ergeben Sie sich, dann entgehen Sie der Straße für unbefugtes Betreten. Öffnen Sie die Tür oder wir brechen Sie auf! So, wir haben es erledigt. Scheiße! Jetzt habe ich den Ring nicht geholt. Ah! Oh! Oh! Jetzt habe ich den Ring nicht geholt. Alter! Ei, 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 ei! Das ist das erste Mal, wie fucking kompliziert ich der Scheiße sein kann. Okay. Jetzt probiere ich fünf Minuten an dieser Scheiße rum. Jetzt muss ich uns was nachsehen. Das war schon vor Stunden. Aufmachen! Wir wissen, dass Sie da drin sind. Ergeben Sie sich, dann entgehen Sie der Straße für unbefugtes Betreten. Nein. Bewarnung! Öffnen Sie die Tür oder wir brechen Sie auf! Na, bin ich gut oder bin ich gut? Bitte. Tut mir leid. Er hat es nicht geschafft. Aber ich habe diesen Brief bei ihm gefunden. Bestimmt für Sie. Ach, nein! Nein! Lonnie! Vielen Dank! Hier! Vielen Dank für Ihre Mühen! Das geht schon in Ordnung. Behalten Sie das! Wir müssen auf jeden Fall noch zum Schwarzmarkt. Ah, da hinten. Das wollte ich noch abschicken. Das nächste Krüte für Geheimnis in der Kette anfangen. Aber es verleiht nur die Ernestgestalt. Stand long in the head. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier machen, ne? Wir müssen ja an diese komische Liste ran. Verbünden wir uns gegen die Geister des Unbekannten, die uns schreien. Ab und wir uns sind späterer Tinte. Und der Garten tut es frisch. Tornen lässt sich weg. Weißen Ihnen ein Band in den Weg raus. Altes Fressen. Mögen meine Brüder mir Stärke geben. Sind wir nicht eins? Bestandsaufnahme ketzerischer Gegenstände aus dem kaiserlichen Konservatorium. Dies ist die vollständige Liste der ketzerischen Gegenstände, die im Monat des Regens 1852, 1852 lol, einer sorgfältigen Untersuchung unterzogen werden. Werden noch untersucht Papiere, Silbergrafien, Notizen und Briefe aus dem Büro der Kuratorin. Hinweise. Der Verwahrungsort dieser neuen Dokumente wurde dem Orden des Orakels in einer Version enthüllt. Die Sammlung wurde von Schwestern Rosevin beschlagnahmt. Sie wird sie persönlich auf mögliche ketzerische Inhalte untersuchen und ihre Erkenntnisse direkt an den reisenden Vizeausseher Cardosa weiterleiten. Ketzerische Vorrichtungen. Linse, entweite Särge, Drähte und Geräte, Hinweise werden zerlegt und an den Orden gesendet, sobald die Untersuchung durch die Schwestern abgeschlossen ist. Verbrannt oder an den Orden gesendet. 43 Kisten Bücher mit Arkanrezepten, ketzerischen Studien, Zaubersprüche, Ritualanweisungen, lästerliche Geschichten. Verbrannt. 17 Kiste Fläschchen, unbekannten Inhalts, bla bla bla. Schwester Rosevin verwahrt Dokumente im Büro der Kuratorin. Die muss ich finden. Also, ich weiß noch, damals, damals gab es einen sehr guten Eingang auf der anderen Seite. Ich probiere was anderes. Seht ihr das? Da oben geht es auch noch rein. Und ich weiß noch, da konnte man auf die andere Seite da gehen und direkt rein, glaube ich. Da oben geht es auch noch, da oben geht es auch noch. Da sind noch überall Stolperdrähte. Mit Granatensprengfall. Oh. Ah, ich erinnere mich noch. Da habe ich mal ein Gemälde hier weggerippt. Eigentlich war hier noch ein Tresor irgendwo. Ich erinnere mich. Wundern hier ist jetzt wirklich auch ein Tresor. Oh, ichos H Lot. Oh, ichos H Hackzi. Oh, ichos Kü, das ist jetztこih, hammered Dren. Oh, ichos H ohmann und deine Wehle. Oh, ichos. Nach München, jetzt bin ich über〜� possono재 fool. Kein Am perse Inhalterung. Oh, ichos Ur attitude. Da bin, bis zum Tresorstanusi точig – also Access Esung. Tresor aus der Hand. Oh, ichos Hohmann und das in Wundering gear. Oh, ichos Hohmann. Icho euch. Was sagt ihr Hübsches? Was sagt ihr Hübsches? Die haben dann halt hier, ja, da drüben geht's rein, da ist auch Emily schon reingegangen. Oh, bei Emily konnte ich weiter springen. Verarsch mich jetzt nicht. Nein, ach komm schon. Oh, das war's. Da unten ist so noch sowas, das würde ich halt noch gerne angucken irgendwie. Hm, da hinten ist der Schwarzmarkt, da müssen wir auch noch hin. Wenn der jetzt da lang läuft, dann hole ich mir den, dann kann ich ganz easy und geschmeidig auf den drauf landen, ohne dass ich im Prinzip großartigen Schaden bekomme. Das ist dieses komische Logo, oder? Da geht's zum Schwarzmarkt. No trespassing, irgendwas ist hier faul. Oh, was hast du so schönes? Ausrüstung, wir brauchen ein wenig Ausrüstung. Was ist das hier? Geheimgang der Schmuggler. Ach, Quatsch. Was ist das? Haben wir genug? Ah, sowas können wir auch geben, auch ein Kabelwerkzeug. Schön mit Ihnen geschäftet. Ah, nehmen wir drei mit. Ah, haben wir genug? Brauchen wir nicht viel? Hm. Hm. Es kommen nicht mehr viele Kunden aus diesem Bezirk. Hoffentlich ist die Quarantäne bald aufgehoben. Oh, da ist jemand ganz... Ganz gastig. Ganz gastig. Nein. Wollen wir nicht. Ah, da sind immer noch... Ah, da sind immer noch... Kommen Sie wieder, wenn Sie was brauchen. Die hat aber schön geschminkte Augen, du. Da... Immer wieder das gleiche Logo. Hier wohnen immer noch Leute unten irgendwie. Wir müssen da hoch jetzt. Ah, da kommt man vielleicht sogar ganz easy hoch. Also hier sind wir schon mit Emily oder beziehungsweise Korf wohl langgegangen. Und dann müsste da eigentlich ein Fenster irgendwo offen sein. Oh man, die haben alle Fenster verschlossen. Ah. Oh. Oh. Wir müssen diese Lüftung überprüfen lassen. Es darf nicht noch eine verzweifelte Ratte versuchen, da durchzukriechen. Ich muss glaube ich nach unten, so wie das aussieht, weil es gibt hier keinen Durchgang. Also hier geht's auf jeden Fall in den Keller. Oh... Okay. Was ist das? Hm, jetzt warten wir mal kurz ab, was die da sagen. Vielleicht zeigen die ein paar Informationen. Ich muss jetzt gerade noch eine kurze SMS schreiben, weil ein Kollege hat geschickt, was ich geschrieben habe. Ekelhaft. Ekelhaft. So. Schauen wir mal, ob wir uns an denen vorbeischlängeln können. Ein wenig. Eigentlich sind es Verbündete und keine Gegner. Meine Freunde, kommt her. Ekelhaft. Oh, Brief an Bruder Russo. Lieber Bruder, ich hoffe, dir geht es gut. Wir stehen es um meinen Garten, sprießen die Kartoffeln schon. Ich wünschte, ich wäre dort, um ihn zu sehen. Und nicht hier in dieser Verschlag der kätzerischen Schrecken. Ich sehe ein, dass unsere Arbeit im Konservatorium wichtig ist, aber ich fürchte, ich werde mich nie wieder sauber fühlen, wenn ich mich der versprengten Überreste von Delilahs Zirkel angenommen habe. Brüder, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr sich diese Kreaturen von den Geboten entfernt haben. Sie haben ihre Menschlichkeit aufgegeben, um sich wie Tiere dem begierigen Fleisch hinzugeben und mit ihrem abscheulichen, freiflerischen Ritual den Outsider zu huldigen. Allein beim Lesen ihrer Schriften erröte ich vor Scham für diesen würdelosen Wesen. Und wofür? Für den flüchtigen Geschmack sterbender Macht. Unfassbar. Ich kann es kaum erwarten, diesen Abschaum hinter mir zu lassen und zur guten Saumern Erde und dem hellen Sonnenschein unserer friedlichen Lebens zurückzukehren. Getreu Ihrem Glauben, Bruder Hippolyto. Und wo verstecke ich denn jetzt? Wir fahren gegen Patricia Deshkova. Aus Dunwall, weiblich, 22 Jahre alt, Anklage, Ketzerei, Verkehr mit unreinen Kreaturen. Urteil schuldig, Strafe, Läuterung, Musiktherapie nennt sich das. Ich glaube, das machen die heute auch noch. Ich höre das. Ich muss gerade mal gucken, wie viele da überhaupt noch sind. Hier ist einer. Da ist einer. Ah, cool. Das ist ein gutisches Fladenbrot. Aber sonst ist hier eigentlich nichts, gell? Daran gewöhne ich mich nie. Ekelhaft. Ekelhaft. Da sollte er hin. Ich hab schon gedacht, der darf da irgendwo auch nen Finger drauf haben. So, jetzt ist nur noch dieser Bruder da. Und dann... Läge dich zu deinem Bruder. Und schlafe. Und schlafe. Guck mal, ich hinterlasse nicht mal nen Schatten. Das ist eine Schildkröte. Das ist eine Schildkröte. Noch eine tote Hexe. Was ist denn diesmal passiert? Bruder Cardosa sagt, dass sie bei der Therapie sterben. Sie haben ein ketzerisches Organ, das die Heilkraft der Musik in Schmerzen verwandelt. Das ist keine Heilung. Die Körper lehnen die Säuberung ab. Bei den Geboten. So unrein. Und dem Abgrund so nah, dass man die heilige Musik nicht überlebt. Diese armen, verlorenen Seelen. Spar dir dein Mitleid, Bruder. Sie wollen dem Outsider dienen. Sie haben sich für das Ruchlose entschieden. Sie verdienen den Tod. Null. Daran gewöhne ich mich nie. Gucken wir uns kurz mal noch hier um. Vielleicht gibt es da noch was interessantes. Ah, da ist noch ne Hexe. Das ist die letzte überlebende Hexe, so wie das aussieht. Sollen wir die mal befragen, ein wenig? Ja, aber ich muss jetzt leider hier die Folge banden, sonst wird sie zu lang. Wir sind schon fast bei 27 Minuten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschalten würdet. Wir sehen uns, Leute. Bis dann. Ciao.